Der DAX ist heute deutlich schwächer als die amerikanischen Indizes und das hat einen Grund. Die Investoren haben plötzlich gemerkt, bups, das deutsche Geschäftsmodell, das steht jetzt mal ganz böse auf der Kippe. Und das alles wiederum ist eine Folge einer etwas seltsamen Energiepolitik der letzten Jahre in Deutschland, die heute derartig offenkundig geworden ist, dass vor allem internationale Investoren die Reißleine gezogen haben, dass man sich jetzt denkt, bups, das könnte richtig schief gehen, denn unser Wirtschaftsminister Habeck hat von einem Lehman-Effekt gesprochen, also Anspielung einer Finanzkrise, Beginn der Finanzkrise, die Pleite der Investmentbank Lehman Brothers, die dann dazu geführt hat, dass die Märkte komplett austrocknet, denn praktisch eine Bank der anderen nicht mehr vertraut hat, ein Domino-Effekt sich aufgespult hat und ja, letztendlich ist das eine Folge der deutschen Energiewende, die unsere Kanzlerin oder unsere ehemalige Kanzlerin Merkel beschlossen hatte, eine Naturwissenschaftlerin, eine Physikerin, die dann erklärte, wir müssten aus der Atomenergie aussteigen nach dem Unfall in Fukushima, weil wenn es den Russen passiert, in Tschernobyl okay, aber wenn es den Japanern passiert, in Fukushima, dann müssen wir auch aus dieser Technologie raus, habe ich damals nicht verstanden, verstehe ich heute nicht, hat Kauder ihre rechte Hand kürzlich nochmal wiederholt, ein völlig irrationales Argument zu sagen, ja, die Technik ist an sich gut, aber wenn schon die Japaner sie nicht beherrschen, dann müssen wir raus, dagegen, wenn es den Russen passiert, dann ist das halt so, weil die Russen haben es halt nicht drauf, das fand ich damals schon sehr, sehr merkwürdig, hat mich gewundert, dass die Leute hier nicht gesagt haben, das ist etwas seltsam als Begründung für diese Energiewende und diese Energiewende ging dann einher mit immer stärkerer Abhängigkeit auch von russischem Öl und Gas, das ist seit 2013 deutlich verstärkt worden und jetzt sitzen wir auf deutsch gesagt in der Scheiße und haben ein Riesenthema und dieses Thema wollen wir uns jetzt mal anschauen. Der Handelstag für den DAX begann schon ein bisschen unglücklich, nachdem die Einkaufsmanagerindizes aus Deutschland und kurz zuvor Frankreich gekommen waren, viel schlechter als erwartet, das geht schon in Richtung 50 bei diesen Einkaufsmanagerindizes und alles unter 50 ist dann Schrumpfung, ist also dann eine Kontraktion der Wirtschaft, das war überraschend, sofort fielen die Anleihrenditen wieder nach unten, weil den Märkten klar wurde, okay, da ist eine Rezession offenkundig nicht mehr weit und es ist diese Kombination aus hohen Preisen und einem veränderten Zinsumfeld, das jetzt viele Firmen, viele Marktteilnehmer so derartig unter Druck bringt und dass man weniger investiert, dass man vorsichtiger wird, dass man keine Leute mehr einstellt etc. Das ist jetzt der Prozess, der beginnt aus dieser Kombination eben wie gesagt zwischen restriktiverer Geldpolitik und dem massiven Kostendruck, den die Unternehmen haben. Also das war der erste Schlag ins Kontor und ich hatte es schon vorhin gesagt, Anleiherenditen, die zuletzt ja stark, stark gestiegen waren, weil man sich gesagt hat, naja, die Notenbanken heben die Zinsen an, aber jetzt stellt man fest, oh, wenn die Rezession kommt, dann flüchten wir doch vielleicht besser in den sicheren Hafen und das sind in der Regel eben solche Staatsanleihen und dann fallen in Rezessionen normalerweise die Renditen für Staatsanleihen, weil die Leute eben Risiken vermeiden wollen, soweit es geht, sofern solche Staatsanleihen, naja, nicht auch ein Risiko sind, aber Schwarm drüber. Jedenfalls haben wir gesehen, dass die deutschen Bundesanleihen heute über 20 Basispunkte wieder gefallen sind. In den letzten Tagen ist da richtig was nach unten gegangen, also da kracht es, man macht sich Sorgen um den Wachstumsausblick, das geht jetzt gar nicht mehr um Inflation und die Notenbanken, sondern es ist eben dieses Wachstum und das wurde den Anlegern, den Leuten schlagartig klar, als eben Habeck dieses Wort Lehman-Effekt in den Mund genommen hat. Hier titelt eine Agentur, Gaskrise verhagelt europäischen Anlegern die Stimmung, also es ist nicht nur der DAX, es sind auch andere Indizes, aber beim DAX kommt das im Prinzip am klarsten zum Ausdruck. Und danach seien es für die Gasversorger, so ein Artikel meines Kollegen Claudio Kummerfeld, oder wird es möglich, sehr wahrscheinlich, sehr bald, Habeck hat das angekündigt, ist noch nicht beschlossen, dürfte aber kommen, können nämlich die Gasversorger, mit denen sie einen Vertrag haben, Ihnen dann während der Vertragslaufzeit den Preis anheben, vorher ist, oder bis jetzt geht das ja nicht, weil man sagt, okay, du hast einen Jahresvertrag, der läuft ein Jahr, da kannst du nicht mal plötzlich zwischendrin den Preis anheben. Wenn das kommt und alles deutet darauf hin, Habeck hat gesagt, es wird kommen, also kommt es, dann kann eben E.ON oder bei welchem Stromanbieter Vattenfall oder wer immer kann sagen, guckst du, Preise am Gasmarkt sind gestiegen, Herr Mayer, da müssen wir jetzt leider mal 30% auf Ihre Rechnung draufpacken, also das wird kommen und das wird dann noch richtig lustig. Schauen wir uns mal die Formulierung an von Habeck im Wortlaut. Wenn die Preissprünge, mein drittbester Freund Marcello Fratscher hat das dankenswerterweise hier wörtlich dargestellt, wenn die Preissprünge so groß sind, dass die Unternehmen umfallen, droht ein Lehman-Effekt im ganzen System, so sagt der Habeck, Domino-Effekt also. Ja, und jetzt sagt Javier Blas, der für Bloomberg der maßgebliche Energieexperte ist, also das klingt irgendwie so, als wollte Berlin jetzt Preiskontrollen einführen, um da sozusagen diese Preisanstiege vielleicht zu deckeln. Und siehe da, mein drittbester Freund Marcello Fratscherino ist zur Stelle und sagt, ja, ein Preisdeckel für Öl und Gas könnte sehr effektiv sein. Dieser Marcello, ein Gedicht, das ist Wirtschaftspoesie vom Allerfeinsten, die dieser Mann hier zum Besten gibt. Ja, weil man dann auch Russlands hohe Einnahmen deckelt, ganz klar. Das ist natürlich dann unmittelbar evident. Der Russische muss dann Insolvenz anmelden, sofort, sobald der Marcello dann den Preisdeckel für Öl und Gas mit beschließen wird oder die Idee sich durchsetzen wird oder der Politik dann umgesetzt wird. Und das ist natürlich totaler Schwachsinn. Sie können sich die Vergangenheit anschauen. Jedes Mal, wenn solche Preisdeckel kommen, dann gibt es massive Verwerfungen. Warum? Weil Produzenten, etwa diese Güter, die einen Preisdeckel haben, sagen, nö, dann produziere ich nicht mehr, lohnt sich nicht für mich, weil ich habe höhere Kosten als der Preis, zu dem ich es verkaufen kann, dann lasse ich es bleiben. Dadurch entsteht Mangel. Also was Fratscher hier sagt, ist faktisch, wir wollen in die sozialistische Mangelwirtschaft mit Preiskontrollen und eben zu wenig Gütern. Das ist eine solche Dimension, die eben dann so viel geistiges Gift versprüht, wo die Leute faktisch ins Unglück gestürzt werden durch solche Leute wie Marcello Fratscherino. Und das regt mich so wahnsinnig auf und deswegen könnte ich diesen Mann in jedem Video von mir hier zitieren, weil es eben sozusagen das ist, worauf wir hinsteuern und was wir alle, denke ich, vermeiden müssen, denn die Folgen werden eben eine absolute Mangelwirtschaft sein. Und jetzt kommt natürlich dann noch diese geniale Umweltpolitik. Wir sind die Grünsten unter den Grünen, damit meine ich nicht nur Deutschland, sondern auch Europa. Denn die EU könnte jederzeit jetzt eben einen Flüssiggas-Deal unterzeichnen mit Katar. Aber Katar sagt, wir wollen langfristige Verträge, nicht so irgendwie diese Kurzfristdinger. Jetzt sagt aber die EU, nö, das machen wir nicht, weil wir haben ja unsere Umweltziele und Flüssiggas ist ja nicht gut. Das wollen wir nur so als Notfallersatz eben zwischenzeitlich mal nutzen. Dann sagt Katar, nee, ist nicht. Andere Länder, andere Staaten sind bereit, dieses Gas abzunehmen und da auch eben Langfristverträge zu schließen. Die EU will das aus Umweltgründen nicht. Und das zeigt zwar ein bisschen diese ganze Spinnerei. Wahrscheinlich muss die Lage so ernst werden, bis da mal die Spinnerei aufhört. Und man sagt, okay, jetzt geht es erstmal darum, dass wir irgendwie, in Anführungszeichen, den nächsten Winter überleben. Und vielleicht bringt es dieses Bild hier ganz gut auf den Punkt, da lädt jemand sein E-Bike faktisch an einem extrem umweltschädlichen Kohlekraftwerk auf. Das könnte man vielleicht auch den E-Auto-Nutzern oder ein solches Bild könnte man auch für E-Auto-Nutzer zeigen, also für Elektrofahrzeuge, wo jemand dann vielleicht seinen Tesla praktisch direkt am Kohlestrom auflädt oder am Kohlekraftwerk auflädt. Das bringt diese ganze Idiotie eigentlich genau auf den Punkt. Und kann man Habeck das vorwerfen, dass er sagt, wir fahren jetzt die Kohle rauf? Nein, kann man ihm nicht. Es ist schlichtweg eben eine Folge vorhergehender Fehlentscheidungen, die allerdings natürlich durch eine grüne Politik auch nicht unwesentlich auch in diese Richtung getrieben wurde. Es ist sogar, finde ich, anständig, dass er sagt, okay, das ist ein Tabubruch, das ist wirklich miserabel, aber ich muss es machen, weil eben Energiesicherheit oder die Versorgungssicherheit hier im Vordergrund steht. Sonst kommen wir nicht über den Winter. Immerhin ein gewisser Pragmatismus, aber wie gesagt, das ist das große Thema, das wir jetzt haben. Und wir zahlen die Rechnung für diese Irrwege, die wir in der Vergangenheit begangen haben, aus guten Gründen sicherlich. Wir müssen irgendwie diese Erwärmung der Erde stoppen, müssen den CO2-Ausstoß stoppen. Aber es gibt so viele Dinge, die von ökologisch extrem motivierten gefordert werden, die bei genauerer Hinsicht dann eben gar nicht mehr ideologisch sind. Dazu wird es nächste Woche ein Boom-und-Bast-Format geben mit jemandem, der genau da den Finger in die Wunde legt. Sei es drum, wir sehen eben, dass internationale Investoren wie Redagio jetzt offenkundig seine Wette gegen Europa und vor allem gegen elf DAX-Firmen nochmal erhöht hat. Vielleicht ahnt der gute Mann, was da auf uns zukommt. Aber es ist nicht nur so, dass die Wirtschaft in Deutschland oder in Europa sich abschwächt, auch die amerikanische Wirtschaft schwächt sich ab. Das ist das, was ich immer jetzt in den letzten Tagen versuche klarzumachen in meinen Videos. Die wirtschaftliche Abkühlung, die geht so schnell, dass die FED mal wieder total hinter der Kurve ist mit ihrer Einschätzung. Eben diese Wirtschaft, vorher hat sie die Inflation falsch eingeschätzt, jetzt schätzt sie die Wirtschaft falsch ein. Das haben heute die amerikanischen Einkaufsmanager Indizes gezeigt. Das war der zweitgrößte Fall zum Vormonat seit zehn Jahren. Nur der April 2020, also Corona-Krise, Corona-Crash war noch schlimmer. Wir sehen Aussagen von Market, das die Daten erhebt. Remarkable Job in Demand. Deutliche Abschwächung der Nachfrage. Man sagt, der Konsument, der kann schlichtweg nicht mehr. Der ist sozusagen durch diese straffere Geldpolitik. Der FED auf der einen Seite und die hohen Preise auf der anderen Seite praktisch in der Zange. Dementsprechend geht die Nachfrage deutlich zurück. Wir sehen erste Kontraktion von Neuaufträgen in diesem Index seit Juli 2020. Auch die Export-Orders zurück. Die Inflation wird jetzt, der Inflationsdruck wird immer geringer, weil eben die Nachfrage auch geringer wird. Auch Arbeitsmarkt slowest, Employment Gains seit Februar und Business Confidence slowest sind September 2020. Also in allen Kategorien sieht man diesen Abschwung. So und jetzt kommen wir mal zur Relation zwischen diesen Wirtschaftsdaten und dem Aktienmarkt. Diese Grafik zeigt Ihnen, was kommt oder welche Logik hinter dieser Geschichte steht. Normalerweise, das sind die PMIs, also praktisch dieser Einkaufsmanager-Index, den ich vorhin gezeigt habe und der S&P 500. Hier sehen wir, rot ist der S&P 500, blau sind die PMIs, also die Einkaufsmanager-Indizes. Hier sehen wir, dass der S&P 500, also rot, schon deutlich gefallen ist, während der Einkaufsmanager-Index noch über 50 steht. Ist heute deutlich schwächer reingekommen, aber steht noch deutlich über 50. Was der S&P gerade einpreist, ist ein Einkaufsmanager-Index mit einem Stand von 48, also Schrumpfung. Jetzt sind wir noch drüber. Das heißt nichts anderes, als dass die Aktienmärkte ein Stück weit vorlaufen, drei bis sechs Monate, gesehen haben, möglicherweise, vorwiegend Argument Fed, aber gesehen haben, oh, da könnte etwas kommen, das wird eine schwierige Geschichte. Dementsprechend ist jetzt die Frage, wie tief geht es? Und letztendlich wird es davon abhängen, wie tief die Einkaufsmanager-Indizes, damit praktisch die Wirtschaft fallen, umso tiefer wird auch der S&P 500 fallen, wenn letztendlich die Rezession, die da kommt, gar nicht so schlimm ist. Also wir bei 48 Halt machen und nicht weiter runter gehen, um es jetzt mal auf die Nummern hier runter zu brechen, dann wäre alles eingepreist und möglicherweise kommt es auch gar nicht so schlimm und dann wären wir sogar schon viel zu weit gelaufen. Das ist jetzt das Szenario, das zu beachten ist. Wir sehen übrigens heute auch in den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, dass vor allem der Vier-Wochen-Durchschnitt hier deutlich jetzt nach oben geht. Und wir sehen, dass möglicherweise eben jetzt die, zumindest die Gewinnerwartungen des Marktes sind noch viel zu hoch. Da hat man schon einiges eingepreist, vor allem wegen der Fed, aber nicht sozusagen die Earnings. Die sind noch nicht wirklich eingepreist, seitens der Marktteilnehmer, wie auch Lance Roberts hier meint. Und jedenfalls sehen wir in dieser ganzen Konstellation mit diesen sich abschwächenden Wirtschaftsdaten, dass die Märkte jetzt nicht mehr davon ausgehen, dass die Fed die Zinsen bis 4,1 Prozent anheben wird, sondern nur noch auf 3,4, bei der EZB von 2,6 auf nur noch 1,8. Und auch bei den Engländern, das haben sie es runtergenommen. Und das reflektieren natürlich die Anleihenmärkte. Das hat sich charttechnisch angekündigt, dass bei den Anleiherenditen etwas kommen wird, und zwar nach unten kommen wird, dass dieser Chart also fallen wird. Und dieser obere Chart, 10-Year-Yield-Weekly, zeigt negative Dividgenzen schon seit Tagen. Hat sich das angekündigt und ich finde es faszinierend, dass man an solchen Indikatoren oft schon die Wirtschaftsdaten sehen kann, die dann kommen und die Reaktion der Märkte darauf. Wir hatten kurz vorher den größten Fünf-Tages-Anstieg in fünf Jahren, was die Renditen betrifft. Und jetzt haben wir den größten Fall seit fünf Jahren, was die Renditen betrifft. Also seit fünf Tagen, das ist wirklich natürlich eine ziemliche Achterbahnfahrt. Hier sehen wir mal die 10-jährige US-Rendite bei 3,05. Und hier sehen wir einen Trendkanal, der jetzt nach unten gebrochen wird. Und zwar in Henrik sagt richtig, ohne eine politische Lösung des Ukraine-Russland-Kriegs werden wir eine höllische Stagflation haben. Und die FED wird überhaupt keine Chance haben, die Zinsen auf 3,8 Prozent anzuheben. Und das ist der Chart, der anzeigt, dass die FED eben keine Chance hat, das zu tun, weil dieser Chart hochgradig gefährdet ist aufgrund der Rezession. Und insgesamt ist jetzt eine seltsame Verkehrung der Lage der Fall. Wir erinnern uns. Früher war es ja so, man versuchte möglichst, oder die Länder versuchten möglichst, die Währungsräume, ihre Währung schwach zu halten, um besser konkurrieren zu können. Jetzt versucht man, die Währung eher stark zu halten oder nicht zu schwach werden zu lassen, weil man sich sonst die Inflation ins Haus holt, weil man ja auf dem Weltmarkt in Dollar, auf Drohstoffe etc. einkaufen muss. Interessante Wandlung. Kommen wir jetzt nochmal kurz zu den Märkten. Wir haben es das erste Mal seit 2020 wieder die Situation, dass wir mehr Puts als Longs haben. Also, man ist abgesichert auf der Unterseite. Eine Chance für die Bullen vielleicht. Aber es kommt eben darauf an, wie scharf der Wirtschaftsabschwung werden wird. Und hier sehen wir mal die Stimmung der Privatinvestoren. 18% sind nur noch bullisch, 59% sind bärisch. Das ist der geringste Wert an Bullen seit der Finanzkrise, also seit dem Jahr 2008. Alles Extremwerte. Da ist natürlich jederzeit auch mal nach oben eine Bärenmarkt-Rallye drin. Aber wie gesagt, die Märkte werden jetzt oder sind so in dieser schwierigen Position. Naja, die Fed kann die Zinsen nicht so stark anheben. Aber was hilft uns das, wenn die Unternehmensgewinne stark zurückgehen, weil die Wirtschaft absäuft? Das ist jetzt so diese schwierige Gemengelage, mit der die Märkte zu tun haben. Dürfte volatil sein, dürfte keine wirklich klare Richtung bekommen. Denn eines ist positiv, nämlich die Fed wird wahrscheinlich die Zinsen gar nicht so stark anheben können, wie sie immer gesagt hat. Auf der anderen Seite, wenn die Unternehmensgewinne schrumpfen, hat man auch nichts gewonnen. Zwei abschließende Empfehlungen, meine Damen und Herren. Alarmstufe Gas, was Industrie und Analysten dazu sagen. Mal Einschätzung, was bedeutet das auch für uns? Und dann nochmal eine weitergehende Information zu dem, was Habeck gesagt hat und was das für uns alle bedeutet. Diese beiden Artikel unter dem Video mit der Bitte nochmal verbundenen, wie am Ende inzwischen jedes Videos. Teilen Sie dieses Video, teilen Sie meine Artikel oder teilen Sie die Artikel von Finanzmarktwelt. Schauen Sie auf die Seite. Ich glaube, wir sind ganz gut, oder? Also, servus, schönen Abend. Ich gehe heute an die Elbe, trinke ein bayerisches Bier und schaue, ob die Schifffahrt wieder sich erholt. Ja, mache ich nur für Sie. Also, servus, ciao.